Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen hier bei der Coop-Zeitung in Basel. Fast ist es geschafft, die letzte an der Fensttüre noch. Weihnachten steht vor der Tür, bei uns ist sie schon in der aktuellen Coop-Zeitung. Wir haben den Johann Wanner besucht, wahrscheinlich der grösste Weihnachtsexperte der Schweiz. Er hat schon den Tannenbaum vom Papst geschmückt und verraten in der aktuellen Ausgabe, was es braucht zum perfekten Baum. Dann präsentieren wir Ihnen Weihnachtsschmuck zum Essen und natürlich auch von FUBI die besten festlichen Rezepte. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle eine ganz schöne Woche wünschen und dann vor allem ganz entspannte Festtage, ganz schöne Weihnachten. Wir sehen uns noch einmal im alten Jahr. Bis dahin eine gute Zeit.